Leute, wir spielen heute mal ein neues Spiel, namens Playable Chefpixer Boss Fight. Let's go. Jo... Okay, so kann man sich bewegen. Das ist nicht so gut. Okay. We always will come... Okay, aber egal. Alle Kinder sind willkommen. Ist ein warmen Toast. Chefpixer, das sagt Chefpixer. Hier sehen wir ihn ja auch. Bist du böse oder nicht? Auch nicht. Sieht sehr komisch aus, aber egal. Hier steht das. Ich verspick dir so. Es ist mehr und du wirst größer. Ja. Vielleicht müssen wir die Teller einsammeln. Ja. Ist kalt. Ich verspick dir so. Es ist echt komisch. Ich verspick dir so. Wo machst du denn? Wo machst du? Es ist echt komisch aus. Echt. Aber egal. Ich verspick dir so. Ja. So. Ich verspick dir so. Ich verspick dir so. Ist jetzt alles? Nee. Wo soll denn hier noch was sein? Chefpixer. Ich will doch Chefpixer, oder? Jetzt wird eigentlich Chefpixer sein. Hi Chefpixer. Ach. Hier ist noch was. Äh. Okay. Platte eins. So. Jetzt sag mir mal, wo hier noch... Ich bin einfach blind. Huh? Okay. Okay. Jetzt geht er hier hin. Oh. Oh. Was ist jetzt vor? Was ist da jetzt passiert? Und wo? Let's go. So. Oh. Ich dachte... Okay. Was ist... Ah. Ihr Chefpixer. Moin. Moin. Ich hab mir noch irgendeine Aufgabe. Warte. Waaaah. Ist zu. Ich glaube keine Aufgabe. Okay. Was ist jetzt? Okay. Warte. Ist es? Oh mein größer. Ganz schön, ganz schön, ganz schön. Na. Das ist der Schneller. Steht da glaube ich. Achso. Wir haben übrigens jetzt ja den Fernseher aufgewollt. Hö. Was jetzt? Achso um das Essen wegzumachen dass er nicht noch größer wird. Wo ist aber weg. Andere Drohne. Andere Drohne. Mach das. Was ist das? Warum ist das so komisch? Warum ist das so komisch? Nein, 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 nein! Nein! Okay, hier geht's. Okay. Gut. Warum sind die Drohnen hier so komisch? Nein, da, da, da! Da, du... ...Glindrohne! Ich bin einfach schon wieder runtergefallen. Wenn heute hier der Typ, der nur runterfällt, vorher war ich der Typ, der immer... Oh! Bist du denn? Ja, mach schnell! Er ist schon da dran! Tritt! Ja! Glück doch geschafft! Ich glaube, den sechsten will wir nicht schaffen. Die Drohne hängt immer fest, oder? So! Oh! Bist du eigentlich... ...da! Ja! Das müssen wir ganz schnell da machen. Komm doch! Ja, jetzt... Mach doch! Das ist besser, geh jetzt schnell dahin! Das ist... Das ist... Hä? Das ist ein Dalot! Das ist ja voll unfair gewesen! Drohnen-Neder-Dächter ungefähr! Ich wünsche mal, dass du da hinten bist! Ach, egal! Aber gut, dein Brand! Ja! Hä? Was soll ich denn jetzt da machen? was soll ich denn machen? Ist das denn da machen? Uhh... Oh, ich bin fast schon wieder runtergefallen, fast schon wieder runtergefallen, los. Was machst du denn? Komm jetzt da raus und geh da oben hin. Ey, wirklich, geh da oben jetzt hin. Geh jetzt. Mach doch. Du bist da, du solltest da hingehen. Na, wegen diesem jetzt totkackt ohne. Ach, jetzt ist es auf einmal. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. So, jetzt mach mal, jetzt mach mal, mach mal, mach. 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 Mach jetzt. Mach jetzt. Mach jetzt. Mach jetzt. Ja, gut. So schwer ist es doch nicht. Ja, jetzt ist er groß geworden. Drohnen. Mann, diese Drohnen, wirklich. Wie geht das? Ey, wirklich, ich fahre so weit. und... An sich kommst du mal. Hä? Oh. 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 So. Wir müssen doch jetzt kommen. Komm. Bitte Drohne. Ja, gut. Geh da oben hin. Geh da oben hin. Geh da oben hin. Geh da oben hin. Ja, gut. Schnell, schnell, schnell. Geh da oben hin. 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 gut ok und jetzt was passiert jetzt ach du heilige fast ok 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 mal hier hin zu ok Leute das war's mit dem Video ich hoffe das hat euch gefallen lasst ein Like, ein Abo da und ciao